So, guten Morgen zusammen und hier ist der neuer Tag, neuer Shop und ich kann euch schon beruhigen, die Marvel Skins sind alle raus, denn die waren einfach in meinen Augen viel zu lange drin. Wenn du gerade neu bei mir auf dem Kanal bist, dann lass doch gerne ein Abo da, wenn du Bock hast auf Custom Games, guck gerne in den Livestreams vorbei, denn wir machen derzeit so eine Monatsbestenliste und die drei Besten stehen auch immer oben im Stil, das hier ist nur eine Aufnahme für halt wirklich nur den Shop. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch direkt schon rein in den Shop, denn es gibt einiges heute. So, das Paket ist natürlich immer noch da, dann haben wir einmal das Minas-Paket, immer noch drin für 12 Euro, aber ganz ehrlich, wenn ihr ins Kind nicht spielen wollt, kauft euch lieber die V-Bucks so anstatt mit dem Paket, aber für 12 Euro immer noch lohnenswert. Dann das Joker-Paket, immer noch drin, dann haben wir das weiteren Master Chief, immer noch drin, dann geht es endlich los, wir haben endlich neue Sachen. Endlich Sachen, die noch nicht, also die schon drin waren, aber endlich mal wieder komplett neu. So, dann haben wir einmal Synapse drin, mit zwei verschiedenen Stilen. Ah, ist okay. So, aber definitiv besser als so, weil da wirkt der, oh mein, hier ein bisschen komisch. Keine Ahnung, es wirkt so ein bisschen wie so eine offene Windel. Für die etwas älteren unter euch, die Windel mit den Druckknöpfen, so in etwa sieht das Ganze aus. So, natürlich aber auch noch mit passendem Rückenaccessoire, was natürlich auch noch, oder hat es keine Stile? Ne, Rückenaccessoire bleibt gleich, sondern selten. Dann haben wir Wild Card wieder mit drin, auch ein schöner Skin, aber du fällst natürlich mit Weiß extrem auf, auf der Map. Dann haben wir Kartenchaos mit drin, gerade die Modelle so durchgehen, also ist auf jeden Fall eine nice, also passt halt perfekt zum Skin. Okay. So, bing bing. Bing bing. Die gute alte Täuschung ist wieder drin. Aber ist ein bisschen zu hektisch, die Musik, finde ich. Dann Vollabverlachen ist wieder drin. Das Emote habe ich, glaube ich, wenn es irgendwie mal einen Zähler gäbe in Fortnite. Ich glaube, das Emote habe ich am meisten benutzt. Dann Pyrourette ist wieder drin. so dann geht es weiter wappen des champions ist auf jeden fall nicht schlecht ich will nicht wissen wie viel schwitzer das haben werden also auf dass ich euch sage in einer woche hat jeder hier dieses rücken das war dann luft ist wieder da ja den skin habe ich ich habe mir nicht gekauft dann fürstliches zepter und atlantis fischstäbchen wieder ein fischskind den ich noch nicht habe war ich die sammlung voll natürlich mit passendem passender pickaxe so dann geht es weiter gut gratos hat mich schon die ganze zeit im shop brauche ich nicht weiter darauf eingehen dann ikonen das ikon nummer eins laser beam aber das paket kennen wir auch schon dann ist die griff wieder da keine ahnung wie der typ ausgesprochen wird einmal natürlich der skin selber mit passendem rücken das war dann die pickaxe und natürlich das war das paket jetzt geht es weiter lachladen ist da in den custom games habe ich nämlich noch gefragt warum leuchtet ja alles aber das rücken accessoire ist halt wirklich reaktiv ist halt richtig reaktiv so hier in dem paket haben wir den skin das rücken accessoire das die mode und natürlich die pickaxe so dann gehen wir ins nächste ikonen paket nämlich loserflut einmal der skin ich habe den damit schon gemocht aber mir doch nicht gekauft mit passendem rücken accessoire die pickaxe war die sich ganz schön die ersten zwei weg springen und natürlich auch das im mod ist natürlich auch lustig so dann sind wir schon im nächsten paket nämlich ninja er ist wieder da ich sage ich fahre den skin immer noch also das gehört definitiv mit zu meinen lieblings skins für 2600 v-bugs könnt ihr das ganze paket haben hier das richtige emote dazu hast du schon mit dem shop das war es schon mit dem shop ein so kleiner shop lol mein kleiner hat so dann gehen wir ganz schnell rüber zu retten die welt ich hab noch gar nicht nachgucken ob es gibt heute gibt es 40 v-bugs und zwar bei 88 wer bei 88 was falsches denkt raus also bei 88 gibt es die v-bugs mission und dann habe ich ja noch eine tägliche das heißt ich könnte rein rechnerisch 140 v-bugs machen karte 88 88 ist doch schon und es ist eine schutzbunker aufgabe wo ist er da doch nicht dann ist er da ja so hier ist die v-bugs aufgabe bei 88 wird natürlich für manche wieder nicht machbar sein weil sie einfach noch nicht genug gelevelt haben so was haben wir eventuell noch im lamashop hat jetzt mein ja gut ich kann euch dann doch nicht zeigen was im lamashop ist und ich würde sagen das war es dann für heute und in dem sinne euch viel spaß bis nachher und haut rein